So ein wunderbares herzliches willkommen zurück zu Lego Harry Potter. Ich werde mir jetzt abgewöhnen, mal die Jahre 1 bis 4 mal dahinter zu sagen, weil ich glaube, das weiß man langsam mal nach der 10. 9. 10. Folge. Ich weiß nicht mehr selber. Das ist echt peinlich. Eben. Des Weiteren werde ich mal versuchen, wenn die Endcard Musik einblendet, mal den Ingame-Zaum auszuschalten, weil der manchmal ziemlich nervt, wenn die Endcard Musik ankommt. Immer doch Harry Potter Musik im Hintergrund läuft. Ja. Wir müssen mal hier unseren schönen Bilderfreund zuwinken, damit er uns hier das Tor aufmacht. Dong. Dankeschön. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Oh fuck. Das wird dann interessant. Ich hoffe, ich habe jetzt seine Szene gesetzt. Und jetzt haben wir noch einen riesigen Köter an uns dran hängen. Wie heißt das Level? Gesicht des Feindes. Okay. Was können wir hier alles machen? Okay. Wir haben eine kaputte Harfe. Was machen wir mit der Ente? Oh. Und ich bin gestorben. Geben wir ihm die Ente einfach? Ja. Tatsache. Wir geben ihm einfach die Ente. Und jetzt machen wir die Hafe wieder, damit er schläft. Gute Nacht. Sehr schön. Wir nehmen uns den Tausender. Können wir dich wieder aufwecken. Das wäre super sick. Aber anscheinend nicht. Was willst du denn da oben? Ja, du hast deine Ente verloren, ne? Noob. Und nach hier unten. Oh. Und statt schon wieder, es wäre eine Dingenskarte. Eine Zwischenszene. So, wir erst mal hier mit... Oh Gott, es ist viel, viel Ranken gewill. Zack. Alles mal weg hier. Oh ja, das ist massig viel, was wir haben. So, die Kiste können wir nicht aufmachen. Nein, können wir nicht. Zack. Ein Tausender einmal, bitte. Können wir hier runter? Ja, genau. Und wir haben noch mehr. Oh Gott. Äh, einmal hier bitte. Dann einmal hier Lumos. Einmal hier nochmal. Dann einmal Lumos Solem. So. Oh Gott. Ah, jetzt kommt die Schlüsselszene, ne? Aber die war eigentlich richtig cool. Ähm. Ja, bitte. Einmal auf den Kopf. Jetzt haben wir noch was wichtiges. Nein. Komm auf den Besen. Mit Harry, bitte. Oh, da waren ein paar Tausende. So, holen wir uns erst mal das nötige an Geld. So. Dann steigen wir mal hier kurz ab. Nein, das war falsch. Kriege ich meinen Besen wieder? Ah ja, hier. Ich wäre ein bisschen sehr ärgerlich, wenn mein Besen jetzt weg wäre. Warum? Besen, please. Einmal hier drauf. Nein. Du dummes Stück. Harry, ohne Mist. Du dumme Nuss. Bleib einfach auf diesem scheiß Besen drauf. Oder bleib auf dieser scheiß Plattform endlich. Danke. Oh wow. Ein Schüler in Gefahr. Hat sich jetzt ja so gelohnt. Wollte eigentlich schon wissen, was dahinter ist. Aber gut. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder fliegen. Komm mal hier nochmal rund. Ich finde hier als Tausender noch, ne? Wie auch können wir. Und in der Luft. Das ist dann die Skill. Ich glaube, wir sind sogar am Finale von dem ersten Film, ne? Ah, Schachspiel kommt noch. Okay, können wir den Turm losschauen? Achso, das ist so ein bisschen skriptet. Okay. Ähm. Hat er sich gerade in den Turm verschanzt? Und ist jetzt... Oh, ja, ich sehe schon, was das wird. Ich sehe schon, was das wird. Das wird lustig, auf jeden Fall. Ich gehe... Nein, fuck. Nein, fuck. Oh, blödes Spiel. Oh, bitte kann ich auf das Pferd. Ich möchte dann eigentlich nur irgendwie hier oben an die Tausender rankommen, ne? Ah, schade. Wow. Ähm. Okay. Was bauen wir zusammen? Wir brauchen noch einen Bauer zusammen oder? Was wird das? Nein, das ist glaube ich noch mal eine Dame, Königin. Ah. Oh, Skill. Oh. Oh, 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 Ha. Ah. Ah. Oh. Hm. Haha. Ah. 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 Können wir ihn so treffen? Nein, können wir nicht mal. Ich weiß ja nicht, wie wir ihn sonst treffen sollen. Sagen wir mal Schaden zufügen. Ich verfüge dir mal ein bisschen Schaden zu. Okay, es trifft mich auch so. Das können wir auch nicht abwehren. Harry, du bist ein Idiot. Achso, oh, ich weiß. Okay, wir müssen rüber, wenn er verwirrt ist. Okay. Ich bin mal gespannt, was wir dann machen. Stimmt, weil dann ist das Feuer aus und dann können wir auch rüber. Ah ja, stimmt. Wenn wir ihn berühren, kriegt er ja Schaden. Stimmt, das war ja so eine Sache. Das habe ich ganz vergessen. Und er macht noch mehr kaputt. Unkühl. Und wir sterben. Aber ich verlinke kein Geld. Ich bin sehr froh drum. Nein, ich bleib hier drüben. Das ist mein Spiegel, mein Spiegel, mein Spiegel, mein Spiegel, mein... Oh, okay. Mach's noch größer. Oh. Alles klar. Alles klar. Ich glaube, das ist... Ich sag mal nix, ne? Möchtest du deinen Todkopf feuern? Ja, danke. Nein, ich hab's verkackt. Nein, ich hab's... Oh, war's ein Glück. Ah! 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 Uff! Ah! 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 Hi, hi, hi! Level abgeschlossen, sehr schön und Geschichte fortsetzen. Ah, ah, ah. Hm? Hm? Huh? Hm? Ha, 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 ha. Ah! Hm! Ha! Hm! Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020